Was ist denn aus Leute? Hallo, guten Tag. Hallo. 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 Wie geht's noch hoch? Ja. Sehr gut. Kann man hier ein bisschen hoch nach oben gehen? Ja, hier. Kannst du mal treffen? Kannst du rum? Ja. Ja. Tschüss. 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 Ey Leute, die Polizei war einfach hier. Wisst ihr warum? Weil wir die Spinner so quasi in dieses Topf werfen wollten und irgendjemand die Polizei gerufen hat und gesagt, wir werfen mit Steinen runter. Alles klar, mit Steinen hier runterwerfen. Leute. Sind die behindert? Wenn man hier mit einem Stein runterwirft, Leute, dann ist die Person tot. Finito. Dann ist außen vorbei. Fall hat irgendjemand erzählt, wir würden hier mit Steinen runter schmeißen. Alles klar. Wir sind auch noch so blöd und schmeißen genau aus dieser Höhe Steine runter. Wahrscheinlich, oder? Wir schmeißen Steine hier runter. Ey Leute, so verblüht, jetzt sind wir ehrlich nicht. Alles klar, Alter. Weil wir unseren Trickshot Video drehen wollten. Auf jeden Fall, Leute, was ich noch sagen wollte, ist, das richtige Trickshot Video kommt morgen um 18 Uhr, Leute. Ey krass, was gerade passiert ist. Und genau jetzt, Leute, sind die Fidget Spinner von mir online. Erster Link in der Videobeschreibung. Und Leute, nochmal ganz kurze Info. Wenn ihr euch die Fidget Spinner bestellt und wenn ihr bei euch angekommen ist, dann macht ein Trickshot Video, postet es auf Instagram, markiert mich da drauf und dann werde ich so eine Collage aus Videos machen von euch, die alle irgendwas machen, so ein Trick oder sonst irgendetwas. Ihr könnt den auch einfach nur so in der Hand halten und so drehen. Wird auch reichen. Markiert mich aber einfach auf Instagram, wenn ihr das gepostet habt, Leute. Und ihr seid dann im nächsten Video dabei. Und wir sehen uns morgen, Freunde, beim richtigen Trickshot Video. Peace out.